Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1LF Talk Radio. Wir haben Mittwochnacht, die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag und das ist immer eine freie Themennacht. Also wenn ihr gerne mit mir reden wollt, hier bei uns in der Sendung live im Radio und im Fernsehen, dann meldet euch unter unserer bekannten und kostenfreien Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns unter domian.wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht, das ist die Yvonne. Hallo Yvonne. Hallo Domian. 25 Jahre alt. Genau. Schön, dass du da bist. Also vorweg einfach, ich bin furchtbar aufgeregt. Das sagen die Leute immer. Ja. Und das ist auch völlig normal und ich sage immer, das wäre ich auch. Okay. Und das vergeht innerhalb von ein paar Minuten. Sag mal ganz einfach, um... Ich bin auch schon mal geeinigt. Genau. Sag mal, um was es geht bei dir. Also mein Thema ist, dass ich seit anderthalb Jahren in einer stabilen und intakten Beziehung lebe. Zu einem Mann, den ich sehr liebe, sehr schätze und auch sehr achte. Lebst du mit ihm auch zusammen in einer Wohnung? Nein, das ist genau der springende Punkt. Ich habe nämlich neben diesem Mann einen anderen Mann, mit dem ich meine sexuellen Neigungen auslebe. Sind das besondere Neigungen? Ja. Ich lebe mit ihm eine dominant-devote Beziehung aus. Bist du die Dominante? Nein, die Devote. Die Devote. Ja. Das kannst du mit deinem Hauptfreund, sage ich mal, nicht? Nein, überhaupt nicht. Ja. Das ist für ihn überhaupt kein Denkmodell. Ja. Und das große Problem, was sich für mich mit mir stellt, ist, dass es geplant ist, dass ich mit ihm im April oder im Mai zusammenziehen werde. Und da er von dieser ganzen Geschichte ja gar nichts weiß, könnte es gewisse Probleme geben. Könnte das sehr große Probleme geben, ja. Wie oft triffst du denn deinen, ich sage es mal, deinen Herrn? Einmal die Woche. Wo? Bei ihm zu Hause und auch immer nur montagsabends, weil ich sehe meinen Lebenspartner nur am Wochenende, weil wir eine relativ große Differenz haben. Ja. Dass eben auch die Spuren von Montag bis Freitag auch alle verheilt sind. Also die Spuren, die der Herr dir zugefügt hat? Genau. Schläge? Genau. Stiche oder weiß ich was? Nein, nein. Also es geht also nicht um Spuren im Sinne von Blut, um Gottes Willen, nein. Ja. Es geht um Spuren von Schlägen, von Abbinden, von Wachs, von Klammern, von Wirt. Und das heilt dann innerhalb von den paar Tagen, heilt in Anführungszeichen, ist dann... Ja, man muss ein bisschen vorsichtig sein, das ist richtig. Aber im Normalfall, wenn man entwickelt einfach so ein paar Tricks und Kniffe mit Salm und Wässerchen, dass das also Freitagabend wieder weg ist. Gab es diesen Herrn schon, als du deinen Freund kennengelernt hast? Ja. Wie lange bist du mit dieser SM-Beziehung schon in Kontakt? Ähm, zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb Jahre. Ja. Der weiß davon, dass du einen Freund hast? Ja, ja. Und dem ist das völlig egal? Ähm, ja. Also er hat bis vor einem halben Jahr auch in einer festen Partnerschaft gelebt. Und für dich wird es undenkbar, dass du dich in diesen Mann, der dominant sexuell zu dir ist, das ist undenkbar, dass du dich in den verliebst? Ja, ganz undenkbar. Das ist eine reine Sexgeschichte. Eine reine, reine, ganz klar definierte Sexgeschichte. Ja, wir haben nebenbei einfach auch ein sehr, sehr freundschaftliches Verhältnis. Ja. Aber im Prinzip geht es um diese Neigung, die wir einfach teilen. Ja. So, jetzt könnte ich mir vorstellen, wenn du, wenn das von Anfang an schon so war, dass du mit dem, dass du diese heimliche Sexbeziehung hattest und mit deinem Freund zusammengekommen bist, dass du von Anfang an doch ein schlechtes Gewissen hattest deinem Freund gegenüber, oder? Nein, eigentlich nicht. Und dazu kommt der Umstand, dass mein Freund und ich uns auf einer Basis kennengelernt haben. Ähm, also wir haben uns in einem Swinger-Club kennengelernt. Oh, du bist aber alle, also in vielerlei Hinsicht aktiv. Ja. Ja. Ähm, sodass von vornherein klar war, dass Liebe und Sex getrennt werden können. Also du warst alleine im Swinger-Club und der war alleine. Genau. Und die habe ich kennengelernt und dann hat es schon ein bisschen gefunkt. Ja, genau. Also wir haben uns Samstagabends in einem Swinger-Club kennengelernt und, ähm, ja, sind irgendwie so aneinander hängen geblieben, haben die Nacht im Hotel verbracht und irgendwie sind wir nicht mehr voneinander losgekommen. Also es war nicht so geplant. Kurze Zwischenfrage, das hat jetzt direkt gar nichts mit dieser Thematik zu tun. Äh, du bist erst 25 Jahre alt. Ja. Seit wann bist du so sehr sexuell aktiv? Ähm, im Prinzip, also ich habe mit meiner Sexualität generell sehr, sehr früh angefangen. Ja. Und, ähm, habe meine ersten Swinger-Club-Erfahrungen auch so mit 18 gemacht. Ist früh, ne? Ja. Glaube ich, ja. Was man so hört. Mhm. Ja. Aber es ist halt eben, wenn man später mit seiner Sexualität anfängt, dann, äh, und man tendiert dahin, dann macht man diese Erfahrung eben etwas später. Natürlich, natürlich. Man entwickelt sich ja immer irgendwie weiter. Mit deinem Freund, mit deinem, ja, mit deinem Partner hast du, ich sage es mal in Anführungszeichen, so normalen Sex. Ja. Ja. Da bist du in der Rolle mal, also in der normalen Partnerinnenrolle. Ja, genau. Mhm. Und es ist auch nicht so, dass ich mit dieser Sexualität, die wir ausleben, unzufrieden bin. Mhm. Gab es wirklich nie, auch jetzt im Laufe der Zeit oder bis heute, ein schlechtes Gefühl, ein schlechtes Gewissen deinem Freund gegenüber? Ähm, natürlich hat man manchmal so Anfüge und sagt, also eigentlich, ähm, man zweifelt eher so an sich selber, ist das alles so wirklich normal. Naja, insofern schon alleine deshalb, weil, weil da steht eine Lüge zwischen euch. Und wenn man etwas, ne, wenn man etwas nicht sagt, kann das ja auch schon eine Lüge sein. Ja, genau. Äh, und du musst da irgendwie lancieren, dass du ihn nicht sofort siehst, weil er sonst die Streifen bemerkt und so weiter und so weiter. Ähm, wenn er auch so ein Swinger ist, wie alt ist er, dein Freund? 35. 35. Dann ist er ja nur sexuell auch nicht gerade so der verklemmteste, denke ich mal. Ja, das ist richtig. Aber es ist halt, dieser Bereich der Sexualität, das ist für ihn einfach, äh, überhaupt kein Denkmodell. Okay, das ist ja auch okay. Das kann man ja auch niemandem aufzwängen, wenn man nicht so gestrickt ist, ist man nicht so gestrickt. Das kann man ja auch nicht trainieren. Ein bisschen Veranlagung muss da ja da sein. Nein, ich wollte auf etwas anderes hinaus. Ähm, wäre er denn vielleicht nicht, äh, sogar zu, na, in dem Sinne, dass man, dass man ihm das näher bringen, dass du ihm das näher bringen konntest, dass er dir den... Sondern eine Kooperation. Ja, dass er dir den Freiraum lässt. Ja, ähm, davon gehe ich einfach nicht aus, weil diese ganzen Club-Geschichten, die wir so machen, ähm, er möchte einfach immer ganz gerne dabei sein. Also es käme für ihn gar nicht so in Frage, wenn ich da so Alleingänge mache. Nun ist das ja was anderes noch in dem Club, als wenn du zu deinem Herrn gehst, wenn du ihm das en detail erklären würdest, was das für ein Rollenspiel auch ist und was da abgeht. Ist er ein eifersüchtiger Typ? Er hat so seine Attacken, ja, ganz klar. Ja. Lass uns mal ein Gedankenspiel machen. Wenn es umgekehrt wäre, wie würdest du reagieren, wenn du erfahren würdest, dass er so etwas nebenher hat? Ähm, also wenn ich erfahren würde, dass er so etwas nebenher hat oder hätte, ähm, wäre ich, glaube ich, erstmal gekränkt, ganz klar, weil er mir davon einfach nichts erzählt hat. Ja. Ähm, im nächsten Moment würde ich mir aber einfach die Thematik anhören, worum es in dieser Beziehung, in Anführungsstrichen, einfach geht und, äh, würde mir einfach ein Bild verschaffen, ob es einfach ist, was ich ihm nicht geben kann oder geben möchte. Ja. Ich glaube, da ist mein Akku leer, also was Blödes. Das ist aber wirklich sehr blöd. Lass uns vielleicht auch noch schnell weiterführen. Ähm, äh, wenn du Verzicht üben müsstest, auf wen würdest du verzichten? Ja, das ist eben meine, meine große Frage oder mein großes Problem. Ähm, ich könnte, ich könnte mir nicht vorstellen, auf meinen Freund zu verzichten, weil es einfach in allen anderen Lebenslagen einfach sehr, sehr stimmig ist und auch einfach wunderbar funktioniert und klappt. Ähm, was aber gleichzeitig zur Folge hätte, dass ich eben mein Techtelmechtel mit diesem anderen Mann aufgeben müsste. Könntest du, ist das denkbar? Das, das weiß ich eben nicht. So, die, die, die eigentlich ist, ist die Situation, vor dem ich stehe. Klar, die Situation ist eigentlich auch klar. Ich finde, es führt keinen Weg daran vorbei, dass du das mit ihm sprichst. Es sei denn, du sagst für dich, ich stelle, ich nehme eine Bewertung vor, ich lege mein Leben so auf den Tisch und sage, was ist für mir das Wichtigste? Äh, und, äh, man muss manchmal auch für die Dinge, die einem wichtig sind, Verzicht üben. Aber das ist leichter gesagt als getan. Ja, genau. Manchmal sind halt die anderen Sachen, das will ich gar nicht runter, wegwischen, so etwas wie diese Sexualität, die du da lebst, auch unter Umständen ein großer, wichtiger Bestandteil und auch eine große Sehnsucht in jemandem. Ja, ja. So, das musst du aber jetzt für dich erstmal bewerten. Was ist dir das Wichtigste? Wenn, wenn du sagst, ich kann darauf nicht verzichten, finde ich, dass du das deinem Freund darlegen musst. Ja. In dem Moment, wo du es darlegst, wenn du es ausgesprochen hast, kommen neue Kräfte ins Spiel. Wir werden sehen, was dann passiert, wie er reagiert und wiederum, wie du dann darauf reagierst. Ich würde es auf keinen Fall so weiterlaufen lassen wie jetzt. Das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht fair. Du schilderst deinen Freund als jemanden, den du liebst und auch achtest. Ja. So, und den bombardiert, ballert man nicht zu mit solchen Lügen. Und das sind ja schon fulminante Lügen. Das ist ja fast ein kleines Doppelleben, was du da führst nebenher. Ja, im Prinzip. Ja. Und da ist natürlich die Enttäuschung gerechtfertigt von ihm, wenn er erstmal die Hände über den Kopf zusammenschlagen wird. Ist das schon schlimm genug? Finde ich, dass du es hast so lange laufen lassen. Ja, aber es ist... Aber das ist kein Argument. Man kann es immer wieder jetzt verbessern und das Beste daraus machen. Insofern, deshalb reden wir ja auch. Deshalb hast du ja auch angerufen, vermutlich. Es ist ja einfach so, ich habe ja schon ganz oft versucht, eben durch die Blume einfach so ein paar Dinge einfach so zu vermitteln. Und da wiegelt der einfach total an. Ich glaube, das kannst du gar nicht mehr durch die Blume sagen. Ich glaube, das ist jetzt so klar und auch so gravierend. Das musst du, wenn, richtig auf den Tisch legen. Es sei denn, du entscheidest für dich, ich verzichte auf diese SM-Welt. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten, die anständig sind. Alles andere ist mies. Ist nicht in Ordnung. Da muss ich dir auch vollkommen recht geben. Jetzt bin ich aber froh, dass der Akku so lange hält. Ja, ich habe das jetzt hier mal mit dem Kabel versucht. Hat's geklappt. Das scheint zu funktionieren. Im Prinzip war es das aber auch schon, Yvonne, so von meiner Außensicht, was ich dir dazu sagen kann. Den Weg, die Entscheidung verhältst du sowieso. Und wie auch immer du dich entscheidest, das wird kompliziert werden. Ja. Das glaube ich. Aber da musst du nun durch. Das ist es. Aber da habe ich eben, ja, Angst davor. Verstehe ich. Hatte ich auch. Aber da wird dir keiner helfen können. Das ist dein Leben und deine Entscheidung. Meine liebe Yvonne, wünsche dir alles Gute bei deinen Aktionen, die jetzt vor dir liegen. Dankeschön. Alles gut. Tschüss. Schönen Abend noch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, freie Themenlacht 0800 220 50 50. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der Nummer oder mailt unter domian.wdr.de. Rainer ist hier und Rainer ist 43. Guten Morgen. Ja, morgen, Domian. Hallo Rainer. Was ist dein Thema? Beziehung, ja. Meine Freundin oder wir beide haben uns getrennt. Nach wie viel? Vorab möchte ich sagen, ich bin auch übernervös. Ja. Nach wie vielen Jahren habt ihr euch getrennt? Bitte? Nach wie vielen Jahren habt ihr euch getrennt? Nach zwei Jahren. Zwei Jahren. Und seit wann seid ihr jetzt getrennt? Seit November. Ja. Und warum habt ihr euch getrennt? Das ist die Frage. Wer hat sich denn von wem getrennt? Ja, wir haben uns einfach auseinandergelebt, denke ich mal. Und sie hat zwar Schluss gemacht und wir beide haben Schluss gemacht, weil ich was erfahren habe in einer Beziehung. Weil ich muss dabei sagen, ich bin zehn Jahre in Haft gewesen. Du bist zehn Jahre in Haft gewesen? Ja. Und wann bist du rausgekommen? Ich bin auch jetzt im November rausgekommen. Ach so. Ach so. Das heißt, diese Beziehung hat gar nicht draußen in Freiheit stattgefunden? Nicht so richtig, nein. Die hat überwiegend in Haft stattgefunden. Hattest du Freigang? Ich war im offenen Verzug, ja. Ja. Und jetzt, nachdem du rausgekommen bist, hat sie gesagt, oder habt ihr das Gefühl gehabt, es geht nicht? Es geht nicht. Beziehungsweise ich habe festgestellt, dass sie in den ganzen zwei Jahren, wo ich mit ihr zusammen gewesen bin, dass sie halt noch anschaffen gegangen ist. Oh. Wie hast du das erfahren? Das habe ich erfahren, ja, durch dummen Zufall, weil, wenn ich meine Urlaube da verbracht habe, bei ihr zu Hause, dann gingen manchmal die Telefone, beziehungsweise die Handys, und dann standen in den Handys dann immer Städtenamen, Stadtnamen, Dortmund, Hagen, Büdenscheid, etc. Und diese Telefonnummer habe ich mir irgendwann mal aufgeschrieben und einmal zurückgerufen. Und dann hast du es so auf eigene Faust rausbekommen? Dann habe ich das eigene Faust rausbekommen, richtig. Und sie hat es hinterher auch dann gestanden? Bitte? Und sie hat es dann hinterher auch gestanden? Ich habe sie dann konzentriert und sie hatte erst mal alles verleugnet. Das wären alte Nummern gewesen, von vor meiner Zeit. Ja. Aber ich habe diese Anrufe ja selber doch manchmal auch angenommen, wie ich da war, und die Leute haben dann sofort aufgelegt, wie ich an der Barat gerade bin, die Menschen ich immer gehört habe. Hat sie denn bis zum Schluss das abgestritten? Das hat sie bis zum Schluss abgestritten. Achso, das heißt, da steht im Moment noch Aussage gegen Aussage. Aber du glaubst es. Du glaubst ihr nicht und du gehst davon aus, dass sie anschaffen gegangen ist. Ja. Ist das für dich der Hauptgrund, dass sie anschaffen gegangen ist? Oder gibt es auch noch andere Dinge, die dich ja auf Distanz gebracht haben zu ihr? Ja, sie hat gelogen. Sie hat gelogen. Ja, weil sie mich die ganze Zeit gelogen hat. Als du aus dem Knast herausgekommen bist, gab es nicht mal eine Woche oder so, in der ihr zusammen wart? War das sofort zeitgleich auseinander? Nein, das war einfach nur eine Wochenendbeziehung. Also von Freitag bis Sonntag hatte ich ja meistens immer nur Urlaub. Ja. Und das hatte ich eigentlich nur immer von Freitag auf Sonntag abgespielt, alles, wo ich das dann auch erfahren habe. Ja. Achso, und als du dann rauskommst, da war dann schon alles klar? Ja, das war dann so gut wie klar. Das war schon am Kreseln und dann bin ich da hingefahren und dann haben wir mal eine Woche Urlaub gehabt, also wo ich dann da gewesen bin. Mhm. Und dann kamen auch diese Telefongespräche, diese Anrufe, in dieser Woche. Achso, da kamen die wieder. Ja, und sie war am Arbeiten und hat das Telefon da liegen gelassen und ich bin da dran gegangen und dann hat immer derjenige, der nachher angerufen hat, die männliche Stimme, hallo, sagte sie und dann hat er direkt aufgelegt, dass sie meine Stimme gehört hat. Also, ich verstehe es richtig, dass du den Schritt zum Schluss machen unternommen hast. Ja, richtig. Von dir ging es aus. Hat sie noch um die Beziehung gekämpft? Nein, die hat dann einfach das so hingenommen, wie ich das gesagt habe. Und das war es? Und das war es dann. Das ist das Problem eigentlich, weil, ja, sie sagt, sie liebt mich. Und sie weiß das genau, dass ich nur für sie etwas empfinde. Habt ihr denn noch Kontakt miteinander ab und zu? Sie ruft mich an. Ich rufe sie an. Ach, das schon. Ja. Lass mich mal noch fragen, ich das vergesse. Du hast gerade gesagt, du warst zehn Jahre im Knast. Das ist ja eine verdammt lange Zeit. Weswegen warst du im Knast? Ich war wegen Raub. Wegen Raub? Ja. Und bist zu zehn Jahren verurteilt worden? Ja. Das waren mehrere Raubüberfälle. Ja. Würdest du sagen, dass du dein Leben für dich verändert hast, während der Knastzeit? Der Knast hat mich geprägt, ja, auf jeden Fall. Hat er dich im positiven Sinne geprägt? Im positiven Sinne, ja. Das heißt, wie stehst du heute zu deinen Taten? Ich habe mich da sehr lange mit auseinandersetzen müssen. Mhm. Und ja, es war einfach nur eine riesengroße Scheiße, die wir damals gemacht haben. Du hast es mit Leuten zusammen gemacht? Ja, es war eine Bande. Das heißt, du bereust das? Bitte? Das heißt, du bereust das? Ja, zutiefst, auf jeden Fall, ja. Und bist fest entschlossen jetzt, wo du draußen bist, ein paar Monate erst, aber auf jeden Fall ein neues Leben anzufangen und nicht wieder in diese Richtung zu kommen? Nein, die Lebensplanung, die lief ja eigentlich daraus hinaus, dass wir beide zusammenziehen wollten und wir wollten heiraten, wir wollten alles machen. Das war einfach alles, also ihr Lebensplan lief genau auf jeden Fall, wie ich denn vorhatte. Wie habt ihr euch denn überhaupt kennengelernt? Über das Internet. Achso, das heißt, aus dem Knast heraus durftest du das Internet? Ja, ich bin ganz normal arbeiten gegangen. Ja. Außerdem im Offen und Vollzug war ich, wie gesagt, und ich bin ganz normal arbeiten gegangen. Und wenn ich dann Feierabend hatte, bin ich dann meistens im Internetcafé gegangen und habe dann eine Stunde rumgechattet. Und so haben wir uns dann kennengelernt. Wie oft telefoniert ihr denn im Moment miteinander? Zurzeit, ja, vielleicht einmal die Woche noch. Aber ihr besucht euch nicht gegenseitig? Nein, nein, das ist die räumliche Trennung. Wie viele Kilometer liegen dazwischen? Das sind so ungefähr 220 Kilometer. Ah ja, gut, das ist aber weit. Ja, das ist, also, sie kommen aus dem Hochschauerlandkreis und ich komme aus dem Rheinland. Ja, ja. Ist denn jetzt in den Telefonaten nochmal über diesen Vorwurf gesprochen worden, dass du ihr sagst, ihr vorwirft, dass sie dich belogen hat und sie als Prostituierter nebenher arbeitet? Ja, sie versucht das immer damit zu entschuldigen. Ich hätte, wie ich das gemerkt hätte oder habe, dann hätte ich also mehr eingreifen sollen. Ach so, das heißt, sie gibt es jetzt doch zu mittlerweile? Sie gibt es jetzt mittlerweile zu, ja. Sie meint dann jetzt mehr den Vorwurf zu machen, dass ich hätte eingreifen müssen, wie ich das gemerkt hätte. Und warum habe ich sie nicht direkt darauf angesprochen? Ja, also, das ist natürlich eine müde Ausrede, jetzt dir die Schuld in die Schuhe zu schieben, dass du da nicht, sie ist ja, wie alt ist sie? Ja, sie ist natürlich wesentlich jünger wie ich. Sie ist jetzt 27. Ja, egal. Sie ist ja eine erwachsene junge Frau und ist Frau und Haare über sich selbst. Also, das ist ja Unsinn. Was macht sie denn sonst vom Beruf? Sie hat eine Ausbildung als BTA gemacht und dafür findet sie einfach keinen Job im Moment. Und deswegen ist sie nebenbei am Arbeiten in der Spielhalle. Und sie hat natürlich immer finanziellen Engpass gehabt und damit entschuldigt sie das, den finanziellen Engpass. Also, du würdest jetzt, irgendwie sind noch Gefühle da, deinerseits? Absolut, ja. Und du würdest auch wieder zu ihr zurückgehen wollen, wenn? Wenn gewisse Punkte geregelt sind, ja. Welche Punkte müssten wie geregelt werden? Sie müsste mir das versprechen können, oder sie müsste mir beweisen können, dass das nicht wieder passiert. Hast du ihr das so klar gesagt? Das habe ich schon mehrmals gesagt. So klar, dass du sie wirklich liebst und du würdest auch gerne zu ihr zurückkommen, wenn das und das passieren würde. Ja, richtig. Und was sagt sie dann darauf? Das kann sie nicht. Warum nicht? Ja, sagt immer das finanzielle Problem. Sie sagt zwar, sie liebt mich. Das ist natürlich alles Quatsch. Ich müsste das verstehen. Ja, das ist alles Unsinn. Ich müsste das verstehen, das geht mir einfach nicht im Kopf. Nein, das geht mir auch nicht im Kopf. Also es gibt, wenn man sich, also das Geld darf niemals das Ausschlaggebende sein, sich so zu verhalten, wie sie sich jetzt verhält. Wenn sie sich wirklich liebt und sie bereit wäre, für die Liebe halt auch ein anderes Leben zu führen, dann muss sie nicht auf den Strich gehen. Dann gäbe es andere Wege und Mittel. Das ist völliger Unsinn. Das würde ich mir auch nicht so einreden lassen. Ich finde, das klingt nicht gut, was du erzählst. Weil ich finde dein Angebot durchaus okay. Wenn du sagst, ich liebe dich zu deiner Freundin, ich liebe dich, aber ich möchte so und so die Sachen geklärt haben und wie du es gerade formuliert hast. Finde ich, das ist ein Angebot. Und wenn sie dann sagt, ich kann das nicht, ja gut, das willst du dann machen. Dann kannst du gar nichts machen, dann geht es eben nicht. Offensichtlich ist ihre Liebe nicht stark genug zu dir, dass sie da auf dich zukommt. Das Problem, was ich jetzt noch habe, wie gesagt, ich bin nach den zehn Jahren in Haft natürlich auch, ich habe einige Menschen verloren in meiner Haft. Mein Vater ist verstorben. Und ich habe natürlich jetzt ja auch keine Ansprechpartner, wo ich halt diese Sache mal austauschen kann. Verstehe. Das Problem, was ich jetzt habe, weil ich bin jetzt hier in einem Bundesland, wo ich eigentlich gar nicht herkomme, aber ich bin aus einem anderen Bundesland. Das heißt, da ist auch noch eine ganze... Ich habe mein ganzes soziales Umfeld. Ja, Einsamkeit ist da. Und sie ist ein wichtiger Partner für dich, um in das neue Leben rein zu starten. Richtig, genau. Verstehe. Das ist natürlich super hart, Rainer. Aber an einem Punkt musst du halt erkennen, das geht mit der Frau nicht. Und wenn du jetzt schon so viele Monate da rum baggerst mit ihr und sie sich überhaupt nicht bewegt, keinen Millimeter, dann ist es nicht die richtige Partnerin. Dann habt ihr euch da irgendwie getäuscht oder euch selbst oder sie hat dir einen vorgespielt, all die Zeit. Was bitter ist. Das ist mir schon klar, dass es für dich bitter ist. Aber vielleicht ist es auch schlau, ab einem gewissen Punkt dieses einzusehen und dann den härteren Weg zu gehen, alleine zu gehen. Als wenn du dich jetzt da noch weiter reinsteigerst und dich da festbeißt und es wird vielleicht immer schlimmer. Und du wirst immer frustrierter. Ja, das ist das Problem, weil ich mich da festbeiße, genau. Die Sorge habe ich nämlich auch schon ein bisschen, wie du es erzählt hast. Pass mal auf, Rainer. Ich würde gerne, dass du eingehender und ausführlicher mit meiner Psychologin jetzt noch sprichst. Ich habe dir jetzt von meiner Seite aus und meiner Einschätzung gesagt, was aber vielleicht noch auch dir so an Hilfestellungen gegeben werden könnte. Stichwort Einsamkeit und fehlender Freundeskreis. Vielleicht können wir dir da ein bisschen helfen. Ja, das wäre okay. Das wäre nett. Dann bitte ich dich aufzulegen und die Anja, meine Psychologin heute Nacht, ruft dich jetzt gleich an. Okay. Ja, alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Ja, danke. Auf Wiederhören. Bitte, tschüss. Meine Lieben, morgen ist Donnerstag. Da haben wir Themennacht. Und unser Thema morgen heißt, ich habe es aus Liebe getan. Viele Menschen tun Dinge aus Liebe, die irgendwie wahnsinnig sind. Und die sagen das hinterher auch, weil sie natürlich völlig davon überzeugt waren. Man kann aus Liebe vielleicht den Nebenbuhler schwer verletzen oder gar töten. Man kann aus Liebe die eigene Familie verlassen, weil man irgendwie von Sinnen ist und verknallt es in irgendjemand anderen und macht es aus Liebe. Man kann auch aus Liebe vielleicht das eigene Kind entführen. Oder man kann aus Liebe aktive Sterbehilfe leisten und somit mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Es gibt vielerlei Dinge. Das ist unser Thema. Ich habe es aus Liebe getan. Ich möchte gerne mit euch morgen über Verhaltensweisen von euch sprechen, die vielleicht verrückt sind oder nicht in Ordnung sind, so objektiv betrachtet. Aber ihr sagt, ich habe das aus Liebe getan. Damals habe ich es auf jeden Fall aus Liebe getan und aus tiefer Überzeugung. Und mir war klar, ich konnte nur so handeln. Also wenn ihr gerne morgen mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch ab 0 Uhr morgen Nacht oder während der Sendung ab 1 Uhr. Oder ihr könnt rund um die Uhr natürlich mailen unter domian.wdr.de. Hier ist Gabi. Und Gabi ist 54 Jahre alt. Guten Morgen, Gabi. Hallo, Domian. Hallo, Gabi. Was ist dein Thema? Nicht so gut. Ich habe heute eine schlechte Nachricht bekommen. Ich habe heute erfahren, dass mein Mann Krebs hat. Und er tut natürlich sehr weh und ich weiß nicht, wie ich damit fertig werden soll. Wie alt ist dein Mann, Gabi? 61. 61. Er wird am 18. März wieder 62. Ja. Er liegt schon 14 Tage im Krankenhaus. Er liegt im Krankenhaus? Ja, 14 Tage schon. Weswegen wurde er eingeliefert? Wegen einem leichten Schlaganfall. Und er hatte aber vorher schon Magenprobleme. Er hatte schon eine Magenspiegelung gemacht bekommen. Und da haben sie aber nichts festgestellt. Und dann hat er aber im Krankenhaus weiter Magenprobleme gehabt. Und dann haben sie ihm noch mehrere Magenspiegelungen gemacht und Gewebeproben entnommen. Ja. Und heute kam dann der endgültige Befund, dass es Krebs sei. Das ist Magenkrebs. Ja, Magen und in der Bauchhülle ist er auch. Er ist schon weiter fortgeschritten. Ach so. Es ist schon fortgeschritten. Die Situation käme nicht in Frage, nur Chemotherapie und Bestrahlung. Das Schlimme ist, er weiß es nicht genau. Er weiß wohl, dass er Krebs hat, aber wie weit und was ist, wir können es ihm auch nicht sagen. Der Arzt hat gesagt, er wäre noch stabil dafür. Also, das ist ihm jetzt zu sagen, weil er hat eine längere Krankenschichte. Vor 2000 Händersicht, da hatte er schon mal Krebs. Das war Lungenkrebs gewesen. Ah ja. Und der hat er aber gut überstanden, weil er konnte operiert werden. Und er hat jetzt einen leichten Schlaganfall, das heißt, er ist da auch noch... Er hatte eine Durchblutungsstörung im Gehirn, aber er hatte Sprachstörungen und dadurch bin ich mit ihm dann ins Krankenhaus gefahren und die haben ihn im Kopf untersucht, weil die hatten eine Krankenschichte, weil sie dachten erst, dass er mir das tat. Aber die waren es Gott sei Dank nicht. Aber das heißt, er weiß schon mal grundsätzlich, dass es ein Krebs im Magen ist? Er weiß nur, dass er Krebs ist und dass er Krebs ist. Er weiß aber nicht, wie weit er halt ist. Ja, hast du denn... Also, du hast alleine mit einem Arzt gesprochen heute? Ich habe heute mit dem Arzt gesprochen. Ja, hat dein Mann dich denn danach noch... Und der Psychologe entscheidet morgen, ob er eine Chemotherapie oder eine Bestrahlung hat. Und ich habe ihn daraufhin gefragt, wie die Erwartungen sind. Und er sagte, ich kann nichts sagen. Ich kann nicht machen. Ich weiß nicht wie. So fertig bin ich halt nur, weil ich selbst hilfsbedürftig bin auch. Und er hat mir alles gemacht. Er hat den ganzen Haushalt gemacht. Er hat alles für mich getan. Ich war auf ihn angewiesen. Ich habe einen Hund, da ist er mit spazieren gegangen. Mir fehlt alles. Ich habe keine Hilfe von draußen. Ich habe zwar eine Tochter, die hat drei Kinder. Die kommt ab und zu mal. Aber die ist auch labil und kann ich auch nicht so belasten. Da hast du gerade gesagt, Gabi, dass du selbst hilfsbedürftig bist. Heißt das, dass du auch erkrankt bist? Ja. Was hast du? Ich habe ein Lungenimpfosem und ich habe ein Herztromkose gehabt. Also ich habe nicht viel Kraft. Ich kann also nicht viel weit laufen. Ich brauche eine Gehhilfe zum Laufen. Und ich kann so im Haus mich noch freier bewegen. Aber wenn ich längere Strecken ein bisschen laufen muss, dann brauche ich schon eine Gehhilfe. Ich kann ja so nicht mal selbst mit dem Hund spazieren gehen. Da brauche ich meine Nachbarin für im Moment. Die macht das auch. Aber ich springe nicht über das Herz, den Hund wegzugeben. Der ist mein Mann, sein Ein und All. Der liebt ihn so sehr. Und wenn der Hund auch nicht mehr da wäre, das würde er gar nicht verkraften. Macht die Nachbarin das denn gerne mit dem Hund? Ja, im Moment noch. Aber ich kann sie ja nicht immer zumuten. Nee. Aber wollen wir mal nicht zu weit im Voraus denken. Nein, ich möchte die auch nicht. Wichtig ist ja, ich finde auch, den Hund müsst ihr behalten. Wenn ihr beide den Hund so gerne habt, muss der Hund da bleiben. Und wenn die Nachbarin das jetzt erstmal macht, dann ist es ja auch erstmal gut. Ja, ich freue mich. Ich bin ja auch sehr dankbar, weil ich habe sonst niemand weiter. Lass mich mal noch so ein paar faktische Dinge fragen. Wie ist es mit dem Einkaufen? Schaffst du das alleine einzukaufen? Ja, ich versuche es. Also sehr langsam geht das geht. Langsam, aber ich brauche schon bei schweren Sachen Hilfe. Aber da kann ich Gott sei Dank den Nachbarn und so in Anspruch nehmen. Ja, aber so die Kleinigkeiten, die du alleine brauchst, solange der Mann nicht da ist, das schaffst du schon mit dem Einkaufen. Ich fahre auch noch kürzere Autostrecken, das schaffe ich auch noch. Was, warum ich das so frage? Ich brauche also über Nacht Sauerstoff zwar zum Schlafen, aber ich brauche es am Tag, Gott sei Dank. Ich frage es deshalb, um einfach rauszukriegen, du kommst alleine erstmal eine Weile über die Runden. Ja. Das ist wichtig. Ja, einigermaßen. Einigermaßen. Eine Hilfe ist mir direkt von der Krankenkasse abgelehnt worden. Ja, okay, aber im Moment, im Moment. Einigermaßen, aber nicht mehr lange. Okay, lass uns mal noch nicht so nach übermorgen denken, sondern im Moment. So, jetzt hast du, jetzt ist, natürlich bist du im Moment, du bist natürlich im Moment. Damit ich klarkomme, ich weiß nicht, wie ich meinem Mann gegenüber treten soll. Ich wollte nur fragen, wie kann ich mir Kraft entgegenzutreten, um ihm wiederum Kraft zu geben. Ich kann nicht ins Krankenhaus gehen und mich bei ihm setzen und ihm vor was weinen. Das geht ja schlecht. Ja, das geht schlecht. Es gibt niemanden, mit dem du so reden kannst, so ganz persönlich. Nein, ich kann niemanden. Ich kann mit meiner Tochter nicht so reden, weil die weinen dann direkt auch und dann weinen wir beide und dann zieht ihr immer mehr runter. Bist du in der Kirche aktiv oder hast du Kontakt zu deiner... So mehr mehr. Bitte? Ich habe mein Glaubenbein gesperrt, weil ich zu viele Leute verloren habe. Irgendwo hole ich mir wieder einen Strohhalm, aber ich komme nicht so ganz auf die Reihe damit. Pass mal auf, Gabi. Ich finde auch, dass du einen Menschen brauchst, mit dem du... Das war gerade die Frage mit der Kirche, ob es vielleicht der Pastor sein könnte, aber das geht nicht in dem Fall. Das geht nicht so gut. Das geht nicht, okay. Also, ich finde auch, dass du einen Menschen brauchst, mit dem du dich so austauschst, um auch Kraft zu tanken. Ja, ich muss... Da werden wir gleich mal... Heute Abend, ich war so froh, dass ich dich erreicht habe, dass ich dich mal sprechen konnte. Weil, da kann ich mal mit jemandem, der nicht so betroffen ist, reden. Und das macht dann schon mal ein bisschen mehr... Ich gebe mir doch ein bisschen mehr Kraft, wie jemand, der damit einbezogen ist. Verstehe, ja. Also, ich verspreche dir, dass wir gleich im Anschluss unseres Gesprächs, im Hintergrund, mal gemeinsam überlegen werden, wie du an einen Menschen kommst, mit dem du regelmäßig reden kannst. Das sage ich jetzt erstmal, das machen wir gleich. Ja. Darüber hinaus... Ja, das ist sehr nett. Finde ich... Ja, du hast natürlich recht, du kannst nicht bei deinem Mann sitzen und weinen. Der ist natürlich... Auch kraftig. Genau. Das war mir mit Kraft. Das Schlimmste war ja heute, weil er da saß und fing an zu weinen und da war automatisch das ganze Zimmer am Weinen. Das war so schlimm. Aber guck mal, du bist doch schon... Du hast doch schon eine ganze Menge wieder geschafft heute. Du hast mit dem Arzt geredet. Ja. Du bist wieder zu deinem Mann gegangen und hast auch mit ihm geredet. Und was ja auch wichtig ist, er weiß ja schon mal grundsätzlich, dass er eine schwere Erkrankung hat. Das weiß er. Und man muss ihn ja... Das ist ja vielleicht auch eine gute Entscheidung für den Arzt. Ich habe einmal die Kraft gehabt. Deswegen war der Schock heute so groß wie ich. Damals war ich aber noch fitter. Da konnte ich ihm... Da bin ich jeden Tag 120 Kilometer in die Klinik gefahren. Ja, aber du hast heute schon mal alles richtig gemacht. Du hast mit dem Arzt klar gesprochen. Du hast es dir richtig erklären lassen, weil du hast es mir gerade auch klar erklärt. Ich habe verstanden, um was es geht. Und du hast mit deinem Mann gesprochen. Das ist doch schon mal eine tolle Leistung, finde ich. Du hast heute nicht versagt, obwohl du einen Schock bekommen hast. Ja, ich hatte einen Schock. Ja, aber du hast es toll gemacht. Das muss ich jetzt erst mal so sagen. Ich habe ihm oft geredet. Ich habe mit ihm geredet. Natürlich ist klar, wenn er anfängt zu weinen, dass man dann automatisch... Ja klar. Ein bisschen weinen kann man ja auch mal. Man ist ja auch nur ein Mensch. Und dann... Du sagst auch, um weinen zu nehmen, das wird schon wieder gut. Ja. Jetzt pass mal auf. Jetzt scheint die Erkrankung schon sehr schwer zu sein. Ja. Aber es gibt ja nun immer und immer wieder Krankheitsverläufe, auch bei schweren Krebserkrankungen, die dann doch positiv verlaufen. Jetzt sollte man schon erst hoffen... Ja, das ist ja auch richtig so. So muss man... Man muss ja auch hoffen, wenn es noch eine Hoffnung gibt. Und eine Hoffnung gibt es ja noch. Ich hoffe immer. Sonst kann ich nicht weiterleben. Das ist ja auch das Beste, was du deinem Mann auch wieder so spiegeln kannst. Nämlich, dass du hoffnungsvoll bist. Und wenn es jetzt eine Chemotherapie oder eine Strahlentherapie gibt, vielleicht hat er ja das große Glück. Und die Therapie schlägt an. Ich kann es anbremsen vielleicht oder so, dass er wenigstens noch ein bisschen bei mir ist. Ja, vielleicht hat es sogar noch eine größere Wirkung. Du hast ja heute erst mal die Diagnose bekommen. Ja. Das heißt, da werden jetzt noch viele... Morgen noch mal hin. Morgen noch mal hin. Der Onkologe ist ja der, der die letztendliche Entscheidung trifft zwischen Strahlentherapie und Chemotherapie. Das heißt, er hat ja heute ein... Du hast heute etwas Schlimmes gehört. Aber das ist ja noch nichts Endgültiges. Das kann ja durchaus alles auch noch eine gute Wendung finden. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das ist unvollstellbar. Da soll man ja auch gar nicht... Ein Mensch zu verlieren, der alles für einen getan hat. Aber darüber solltest du ja jetzt auch gar nicht nachdenken. Sondern jetzt geht es darum, zu hoffen. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man. Ich habe 30 Jahre verheiratet, Domian. Das schweißt zusammen. Wir haben durch Dick und Dünn sind wir beide gegangen. Das gibt eine Ehe, die so glücklich ist, wie wir beide waren. Es ist so traurig dann zu sehen, wenn der Partner so erwärmlich da sitzt und kann ich weiter... Aber weißt du, was das Wichtigste ist jetzt? Und das musst du auch so für dich sehen. Du hilfst deinem Mann am allermeisten, wenn du hoffnungsvoll jetzt bist. Die muss ich ihm geben. Die musst du. Und die Hoffnung ist ja auch... Ich muss nicht erstaunt sein. Da war ich so stolz auf ihn. Ja, aber du kannst auch stolz auf dich sein, dass du das... Ich sage das nochmal so. Das war heute ein sehr schlimmer Tag für dich. Dass du jetzt heute Abend weinst und fertig bist, ist völlig normal. Haben alle Menschen Verständnis für ihn. Ich alleine weine. Ich darf nicht bei ihm weinen. Genau, aber du kannst ja zu Hause weinen. Ja, muss ich. Ja. Und dann muss man jetzt mal weitergucken, wie sich das entwickelt. Ja. Also, wie gesagt, ich habe gerade... Es ist gerade so ein bisschen untergegangen. Es gibt ja diesen Spruch, den alle Leute immer so sagen. Aber es ist so wahr, dass die Hoffnung zuletzt stirbt. Das muss man sich ja immer wieder eintrichtern. Er ist nur natürlich ziemlich runtergezogen, weil er jetzt schon wieder so viel durchgemacht hat. Die Arzt ist jetzt in den Tagen, das zieht ihn nach unten. Und weil er es schon mal durchgemacht hat, der muss unheimlich aufgebaut werden. Deswegen sagt der Arzt ihm ja auch nicht die volle Wahrheit. Ja, ist ja auch richtig so. So, was aber... Eigentlich ganz gut. Was deine Person aber anbelangt, das machen wir jetzt so, wie ich es dir gerade versprochen habe. Du legst es auf. Er ist nur daran dumm. Er hat eine Schwester und die macht mich dafür verantwortlich, dass er so krank ist. Naja, das ist ja ein völliger Quatsch. Das ist schlimm. Er tut so weh, weil sie sagt zu mir, der hat nur für dich gelebt. Du hast ihn kaputt gemacht. Das ist jetzt mal noch eine ganz andere Thematik. Und das tut so weh. Liebe Gabi, wir machen das jetzt mal so. Du legst bitte auf. Dann rufen wir dich wieder an. Und dann kannst du mit meiner Psychologe, mit der Anja, auch diese Thematik mal ganz ausführlich sprechen und wir überlegen, wie wir das organisieren, das tun, fest und Ansprechpartner. Ja, da wünsche ich dir ganz... Ja, auch, dass ich durchgekommen bin und ich sehe deine Sendung jeden Abend und du hast mir schon sehr viel geholfen. Das freut mich sehr, dass du es sagst. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen ganz viel Kraft, Gabi. Dankeschön. Jetzt legst du auf und wir rufen zurück. Ja, Dankeschön. Tschüss. Der Rückruf von der Psychologin lese ich ja gerade. Liebe Gabi, hoffentlich hörst du uns mal. Kann doch einen kleinen Moment dauern, weil die Anja sehr beschäftigt ist. Aber wir werden natürlich, das heißt Anja wird auf jeden Fall im Laufe der nächsten unmittelbaren Zeit oder mittelbaren Zeit anrufen. Es dauert nur einen kleinen Moment noch. So, weiter geht es mit der Helga. Ja, und Helga ist 58. Guten Morgen, Helga. Ja, guten Morgen, Dominant. Hallo, Helga. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich, dass ich durchgekommen bin und ich möchte dir etwas über meine jetzigen Familienverhältnisse erzählen. Ich bin gespannt zu hören. Ja, und zwar fange ich mal damit an, dass ich also meinen 25. Hochzeitstag gefeiert hatte im Jahre 1999. Ja. Und dann fuhr ich mit meiner Mutter in die Türkei für 14 Tage und habe dort einen sehr netten Mann kennengelernt. Komischerweise, ich bin überhaupt nicht der Typ dazu, habe ich mich also auf diesen Mann eingelassen. War das ein türkischer Mann? Nein, ein Deutscher. Ein Tourist. Und wir haben dann in verschiedenen Gesprächen im Laufe der ersten Woche gemerkt, dass wir sehr gut übereinstimmen. Und ja, dann sind wir mal ausgegangen und ich habe mich total verknallt. Das Ergebnis davon war, als ich nach Hause kam zu meinem damaligen Mann, habe ich gesagt, ich habe mich verknallt. Ich ziehe aus, ich gehe weg. Oh, das war aber ein Schlag ins Gesicht. Ja, also hammerhart habe ich das durchgezogen. Es war damals nicht so, dass ich an eine Trennung gedacht habe. Also jedenfalls nicht, bevor ich diesen anderen Mann kennengelernt habe. Warst du denn unzufrieden in der Ehe? Ich war unzufrieden aufgrund dessen, dass wir zwei Firmenpleiten erlebt haben. Hintereinander weg. Also alles war weg. Auto, Haus, Grundstück. Alles weg. Kein Geld mehr. Zukunft sah auch nicht rosig aus. Ich ging nicht arbeiten. Ich war verwöhnt. Ich hatte ein gutes Leben. Also ich brauchte nicht arbeiten. Mein Mann hat immer das Geld rangebracht und mit einmal war nichts mehr da. Und das hat natürlich dann auch eine große Unzufriedenheit herbeigeführt. Und ich glaube, dadurch bin ich überhaupt in diese Situation geraten. Also war ich offen dafür. Aber die Unzufriedenheit, klar, die resultiert jetzt aus diesen materiellen Turbulenzen. Also überwiegend aus den materiellen Turbulenzen. Dann ist mein Mann auch schon ab und zu mal fremdgegangen. Also es war auch nicht mehr so ganz in Ordnung mit der Ehe? War nicht mehr so ganz in Ordnung. Er hat auch gerne mal so tiefer ins Glas geguckt. Er kannte immer nicht so das richtige Maß. Es hat mich schon irgendwie einiges gestört. Aber gut, nach 25 Jahren stört einen vielleicht ohnehin irgendwie mal was. So, auf jeden Fall bist du dann weggegangen. Ich bin dann weggegangen nach Frankfurt. Und ja, in dem ersten halben Jahr war hier auch alles sowas von toll und schön mit dieser neuen Liebe. Hast du gleich mit der neuen Liebe zusammen gewohnt? Sofort. Sofort. Ich bin also weg von meinem Zuhause, nach meiner neuen Liebe gleichgezogen. Es war sehr beengte Verhältnisse, aber es klappte alles wunderbar im ersten Halbjahr. Und dann habe ich die Scheidung dann eingereicht und habe gesagt, also dann diesen Mann den heirate. Ich fange nochmal ganz von vorne an. Alles wird ganz super toll. Wurde es ganz super toll? Es wurde nicht toll. Warum? Also der Mann ist sehr, sehr lieb, sehr nett, sehr aufmerksam. Aber wir haben, seit wir geheiratet haben... Also du hast dich dann wieder geheiratet? Ja, wir haben also dann sehr schnell geheiratet, ein Jahr nach der Scheidung. Die Scheidung wurde sehr schnell und zügig ausgesprochen. Dann haben wir im Jahre 2001 geheiratet. Und seitdem haben wir keinen Sex mehr. Aber du bist mit ihm immer noch zusammen? Ich bin noch mit ihm zusammen, immer in der Hoffnung, dass sich das ändert. Aber ich habe sie langsam aufgegeben. Ja, das hätte ich allerdings auch an der Stelle. Von 2000 und... Ich war ziemlich durch den Wind, muss ich sagen. Er arbeitet sich hier in einer kleinen Wohnung. Ich habe nichts zu tun. Ja, mit Arbeit ist nichts. Ich habe zwischendurch mal alles Mögliche gemacht in den Jahren. Ja. Hat er denn auch nicht so viel Geld, der Mann? Na gut, er hat sein bestes Einkommen, aber es ist natürlich recht wenig. Ihr kommt so über die Runden, kann man sagen. Wir kommen gerade so über die Runden. Du hast dein ganz altes Leben abgebrochen, ne? Ja. Hattest du Kinder mit deinem ersten Mann? Ja, aus der ersten Ehe habe ich zwei Kinder. Hast du mit denen noch... Ich habe doch das gerade heute 30 gewonnen. Also das heißt, vor ein paar Minuten ist ja der Tag umgegangen. Ja. Und... Hast du Kontakt mit den Kindern? Bitte? Hast du Kontakt mit den Kindern? Ja. Ja, das schon. Ja. Jetzt sag mal, du sagst, nachdem ihr verheiratet wart, gab es keinen Sex mehr. Genau. War das quasi schlagartig? Ja, schlagartig. Ach, das gibt es doch gar nicht. Und vorher war richtig... Also vorher hatten wir super Sex. Einfach toll. Ich kannte das so auch gar nicht mit so vielen Varianten. Und also sehr liebevoll. Und es war einfach aufregend toll. Und man kann wirklich sagen, dass durch die Eheschließung war... Und dann war Schluss. Also er ist noch vorher erkrankt an der Bauchspeicheldrüse. Und kurz danach haben wir dann geheiratet. Aber ich meine, darauf kann ich es glaube ich nicht schieben. Es war einfach dann Knallauffall irgendwie zu Ende. So, du hast hoffentlich doch sehr oft mit ihm darüber schon gesprochen. Sehr oft. Also es gab Zeiten, wo ich nicht mit ihm darüber sprechen konnte, weil er dann sofort ausrastet. Und zwar in einer so bösen Art. Also er wird regelrecht jezornig. Er zerfetzt sich die Klamotten. Wenn man ihn anspricht, dann zerreißt er sich die Klamotten. Er zieht das Hemd aus und zerreißt das Hemd? Ne, das macht er am Körper schon. Er reißt das Hemd vor Wut auf und kaputt. Ja. Wenn du diese Thematik ansprichst. Ja, richtig. Das deutet aber auf etwas hin, was da... Auf etwas hin, was überhaupt nicht in Ordnung ist bei ihm. Das heißt, es gab noch nie eine sachliche, klare Erklärung. Also wenn ich es dann mal schaffe, mit ihm vernünftig zu reden, wenn ich ihn da hinkriege, dann kommt aber keine Begründung. Dann kommt höchstens die Begründung, ja ich mag dich gar nicht mehr anfassen, weil ich weiß genau, da passiert nichts mehr. Warum passiert nichts mehr? Die Begründung kommt nicht. Das ist eine Frage. Warum? Wie alt ist er? 53. 53. Kein Alter. Ne, eben, er ist ja auch noch jünger. Hat er denn, bist du sicher, dass er keine Freundin hat nebenher? Ja, da bin ich eigentlich ziemlich sicher. Hast du ihn denn schon mal irgendwie erwischt, ertappt, befriedigt er sich selbst? Ähm, das kriege ich auch überhaupt nicht mit. Also ich glaube, das findet irgendwie morgens, wenn er aufsteht, im Badezimmer statt oder so. Hast du mal irgendwas entdeckt, dass er im Internet pornografische Sachen sich anschaut oder gar nichts? Nein, wir haben hier einen PC und also da sitzt er so gut wie nie dran. Ja. Da sitze ich höchstens dran. Also es gibt auch keine Pornohefte oder irgendwas, das gibt es alles nicht. Hättest du es für möglich, dass er, vielleicht sogar ausgelöst durch diese Erkrankung damals, ich weiß es nicht, ob es da Verbindungen geben kann, dass er impotent geworden ist und sich irre schämt vor dir? Das kann möglich sein. Ich weiß es aber nicht. Inzwischen geht er also, weil er vor einem halben Jahr ist er hier so ausgerastet, dass ich abgehauen bin und auch fest entschlossen war, nicht mehr zurückzukehren. Aber ich musste ja hierher zurück, um mir ein paar Sachen zu holen und da hat er mich dann wieder aufgrund seiner wirklich überzeugenden Art, die er so hat, eben im Gespräch dazu gebracht, also doch noch nicht zu gehen, sondern noch zu bleiben. Und er würde sich in therapeutische Behandlung begeben. Das hat er auch gemacht. Ach, das hat er gemacht. Also das macht er, nur ist das ja so. Da ist Urlaub, da kriegt man sowieso erstmal schweren Termin, dann ist wieder Urlaub, dann geht wieder eine Weile, also jetzt war er gerade dreimal da. Ach so. Ist es eine psychotherapeutische Behandlung oder ist es eine ärztliche Behandlung? Also so wie ich das sehe, ist das so eine Art Gesprächstherapie. Ja, na immerhin hat er das von sich aus gemacht. Ja, das hat er gemacht. Wie lange soll ich jetzt warten, was dabei rumkommt? Ist er denn zärtlich zu dir? Er fasst mich ja gar nicht an. Gar nicht? Also es gibt auch kein Kuscheln im Bett mal? Nö. Also zwischen keine Sexualität haben und... Es gibt nichts. Es gibt einen Gute-Nacht-Kuss und er möchte gerne, dass ich neben ihm im Bett liege und seine Hand halte, damit er einschlaft. Mensch Helga, dass du das so lange aushältst. Ja, also ich bin... Wir reden jetzt von sechs Jahren. Ja, ich bin ziemlich am Ende. Das glaube ich. Das glaube ich. Es kostet mich eine Menge Kraft, jetzt hier nicht loszuheulen, weil ich wirklich nicht mehr weiß, was ich machen soll. Wenn er immerhin da so offen ist und von alleine in eine Therapie geht, wäre er denn dazu zu bewegen, zu einer Eheberatung mit dir zu gehen? Das hatte ich ihm auch schon mal vorgeschlagen, aber es hält er für komplett sinnlos, weil er meint, wir beide haben kein Problem. Ja, das heißt er, aber du hast das Problem. Ja, dass ich ein Problem habe, glaube ich, das sagt er gar nicht. Oder das drückt er irgendwie weg. Ich habe ihn oft gefragt. Ich sage, was denkst du denn, was in mir vorgeht? Genau, ja. Interessiert ihn nicht. Nee. Auch die Idee, dass du vielleicht mal vielleicht eine Weile in diese Therapie mit einbezogen wirst. Ja, das hatte sein Gesprächstherapeut, oder wie ich den auch immer nennen soll, der hatte wohl auch vorgeschlagen, dass ich mal mitkommen soll und das hat mein Mann abgelegt. Ja, aber das deutet ja kolossal darauf hin, dass er irgendetwas zu verheimlichen hat und es deutet darauf hin, dass er sich ziemlich einen Shit um dich bemüht und sich Gedanken macht. Er war nun auch nie verheiratet vorher, hat keine Kinder, keine Familie gehabt, also so in dem Sinne. Pass mal auf, Helga, wenn der sechs Jahre so ein Spielchen mit dir macht, ich sage mal wirklich ein Spielchen, ich finde es einfach nur unverschämt und auch sehr verletzend dir gegenüber, sich so zu verhalten, das macht man nicht, Punkt, aus. Wenn er nicht zur Eheberatung geht, wenn sogar sein Therapeut sagt, bringen Sie doch mal Ihre Frau mit und wir reden zusammen und das macht er dann auch nicht. Mensch, dann bist du aber jetzt mal am Zug und musst mal was unternehmen. Lass es doch nicht, lass dir doch nicht alles bieten. Tja, also ich bin irgendwo so leer, so ausgepumpt, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich glaube, dass der auch gelernt hat schon, mit der kann ich es machen. Ja, das könnte sein. Die nimmt das so hin. Ich glaube, das aller allerbeste wäre, wenn du sagen würdest, pass mal auf Junge, das muss ja nicht das Endgültige sein, aber jetzt gehe ich erst mal. Und dann bist du am Zug auf mich zuzukommen. Ich habe dir alles angeboten, was man machen kann. Du sagst immer nein. So, du hast mich verletzt und verletzt und gedemütigt. Jetzt ist Schluss, jetzt gehe ich. Weißt du? Zwischendurch hat er angefangen zu trinken. Ja, er hat vielleicht ein kolossales Problem, aber du musst ja mit einem einbezogen werden, weil du musstest ja wissen, was da los ist. Da hat er sich aber auch nicht zugeäußert. Helga, ich sehe gerade, mir läuft die Zeit weg. Ja. Ich habe das aber gesagt, was ich sagen wollte. Ich würde dir aber trotzdem auch noch mal gerne mal eine Psychologin geben, dass du noch mal von der professionellen Warte auch noch mal eine Meinung hörst. Okay. Ich würde sagen, geh, stell dich auf eigene Beine und zeig ihm endlich mal jetzt auch, dass du da bist. Meine liebe Helga, du legst bitte auf und wir rufen zurück. Kann ein bisschen dauern, aber wir rufen gleich zurück. Ja, okay. Tschüss. Danke. Tschüss, Domea. Nochmal der Hinweis auf morgen, ihr Lieben. Morgen heißt unser Thema, ich habe es aus Liebe getan. Vielleicht hätte Helga da auch angepasst. Manche Menschen lassen ja auch Dinge über sich ja gehen aus Liebe. Also, das trifft vielleicht jetzt nicht unbedingt auf Helga zu, aber es gibt ja so Fälle, wo man im Nachhinein auch so denkt, mein Gott, das ist ja Wahnsinn. Oder als Außenstehender auch denkt, ich habe es aus Liebe getan. Man kann Menschen verletzen, töten, man kann die verrückten Sachen tun aus Liebe. Oder in dem Moment meint man, man tut es aus Liebe. Das ist unser Thema morgen. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch unter unserer E-Mail-Adresse oder morgen während der Sendung und vor der Sendung. Man kann natürlich auch aus Liebe in Konflikt mit dem Gesetz kommen, aus Liebe zu einem Menschen. Also, wenn ihr mir über so etwas erzählen wollt, was ihr in eurem Leben schon gemacht habt, dann, wie gesagt, anrufen oder mailen. Karin, 32, guten Morgen. Hallo. Hallo Karin, guten Morgen. Was ist dein Thema, um was geht es? Also, es geht darum, meine Familie und ich, wir wurden verdächtigt, meinen Sohn sexuell missbraucht zu haben. Ich habe es akustisch nicht ganz verstanden. Deine Familie verdächtigt? Meine Familie und ich, wir wurden verdächtigt, dass wir meinen Sohn sexuell missbraucht haben. Also, deine Familie und du wurden verdächtigt. Von wem? Von der Schule von meinem Sohn. Was heißt deine Familie und du? Ja, mein Noch-Ehemann, meine Eltern, meine Geschwister, alle. Ihr wurdet alle verdächtigt, den Sohn sexuell missbraucht zu haben? Also, dass irgendeiner aus meiner Familie oder ich selbst oder mein Noch-Mann, dass irgendeiner meinen Sohn sexuell missbraucht hat. Wie alt ist der Sohn? Elf. Elf Jahre. Und der Vorwurf und die Verdächtigung kommt von der Schule? Von der Lehrerin, ja. Von der Lehrerin. Ist das Jugendamt auch schon einbezogen? Ja. Das war im letzten Jahr. Und wir wurden zum Gespräch eingeladen, zur Schule. Und wir konnten uns das natürlich nicht erklären. Mein Sohn, der hat immer Ausdrücke gesagt in der Schule und daraufhin hat die Lehrerin gesagt, entweder würden wir meinen Sohn sexuell missbrauchen oder er dürfte Pornofilme bei uns gucken. Was hat er denn? Ich meine, man kann es ja sagen, um es mal zu verstehen, dass die Lehrerin so reagiert hat. Um welche Ausdrücke handelt es sich da? Fick dich oder fick deine Mutter und alles solche Ausdrücke. Also so Fäkalsprache. Genau. Und diese Ausdrücke, zu Hause kannten wir das nicht, dass er sowas gesagt hat. Also nur aufgrund dieser Ausdrücke, die er dann in der Schule mal irgendwie so losgelassen hat, kam der Verdacht der Lehrerin auf, entweder wird der Junge sexuell missbraucht oder er guckt Pornos. Genau. Finde ich auch schon, muss ich mal so spontan sagen, eine sehr gewagte Interpretation, dass man aufgrund dieser Ausdrücke sagen kann, damit ein Kind sexuell missbraucht. Genau. Ich weiß nicht, ob es da noch einen dichteren Zusammenhang gab, aber so wie du es mir jetzt gerade erzählst, finde ich das sehr befremdlich. Ja. Wie ging es dann weiter? Dann wurde das Jugendamt eingeschaltet und dann? Ja, genau. Und dann, das Jugendamt wurde noch nicht eingeschaltet. Und wir haben uns dann ein, die Lehrerin hat gesagt, wir sollten ihn in eine Klinik lassen, dass er da mit der Psychologin und alles. Ja, und dann haben wir uns einen Termin geholt in eine Tagesklinik, dann ist mein Sohn in eine Tagesklinik gekommen. Darf ich mal unterbrechen? Ist die Lehrerin auf euch zugegangen, schon direkt mit dieser Vermutung oder diesem Vorwurf? Ja, richtig. Wie hast du da spontan reagiert? Ich war fix und fertig, weil wir konnten uns das nicht erklären, weil wir das, das war nicht unser Sohn. Wir kannten das nicht. Also, wir haben gedacht, die redet vom anderen Kind, die redet nicht von unserem Kind. Ja, und dann ist unser Sohn in eine Tagesklinik gekommen und nach acht Wochen ungefähr wurde ich angerufen, ich möchte bitte zur Tagesklinik kommen. Dann bin ich da hingefallen mit meinem Mann, dann war auch gleich das Jugendamt da, dann haben sie unseren Sohn in Obbut genommen und haben gesagt, es steht fest, dass unser Sohn sexuell missbraucht wurde. Dann habe ich mir einen Rechtsanwalt genommen, weil ich wusste, ich habe nichts gemacht. Wusstest du denn auch, dass niemand anderes etwas gemacht hat? Also, ich war mir sicher. So sicher kann man sich ja da nie sein. Ja. Auch wenn du, was deine Person anbetrifft, natürlich sicher sein kannst. Ja, genau. Aber in diesem Moment, ich wusste, ich habe nichts gemacht. Ich bin mir keiner Schuld bewusst, ich will mein Kind wieder haben. Ja, dann habe ich mir einen Rechtsanwalt genommen. Dieser Rechtsanwalt hat dann ein Schreiben aufgesetzt und ja, dann habe ich, war mein Sohn 14 Tage in der Pflegefamilie. Dann habe ich meinen Sohn wiedergekriegt, weil man mir nichts nachweisen konnte, dass ich was gemacht habe. Jetzt muss ich mal fragen, die in der Klinik haben gesagt, der Junge ist sexuell missbraucht worden. Der ist nun elf Jahre, der kann ja nun klar reden und Aussage. Hat er das denn gesagt, dass er sexuell missbraucht? Nein. Er hat auch nur diese Ausdrücke gesagt und daraufhin wurde dann gesagt, dieser Junge wurde, mein Junge wurde sexuell missbraucht. Hat man ihn gefragt, woher er diese Ausdrücke hat? Ja, von der Schule. Von der Schule, was ja natürlich sein kann. Ja. Wie ist der Stand der Dinge im Moment? Wo ist der Junge jetzt im Moment? Der war dann sechs Monate in der Klinik. Sechs Monate? Ja, seit letztem März. Und jetzt ist er dann, im September ist er woanders hingekommen und da wurde dann rausgestellt, dass mein Sohn was, dass er sexuell missbraucht wurde in der Schule. Ach. Von wem? Von größeren Kindern, von 15, 16-jährigen Jungs, dass da was passiert ist. Und wir hatten dann drei Monate Kontaktsperre. Ich durfte mein Kind gar nicht sehen. Ja, und jetzt habe ich wieder Kontakt mit meinem Kind. Ich bekomme, im Oktober bekomme ich ihn wieder. Ja, ist er immer noch in einer Klinik? Ja, genau. Ja, eine Tageseinrichtung. Also so eine Einrichtung ist das mit Psychologen und extra einer Psychologin. Das ist ja auch ein brachialer Eingriff, den Jungen so lange in eine Klinik zu schicken. Genau. Und das ist jetzt nachgewiesen, dass er in der Schule vergewaltigt wurde? Ja, also es ist jetzt, steht jetzt fest, dass bei uns niemand was gemacht hat. Also es ist nicht rausgekommen, dass irgendwas gemacht wurde. Und in dieser dreimonatigen Kontaktsperre hat mein Sohn von alleine gesprochen von der Schule, dass da 15-jährige Jungs gewesen sind. Wie alt waren die Jungs? 15, 16 Jahre. Hat er die Jungs mit Namen benannt? Nein, hat er nicht. Gott, was für ein Drama in eurer Familie da abgeht. Ja. Einmal, die Verdächtigung ist ja schon der Horror schlechthin, wenn man das nicht gemacht hat. Und dann ist der Junge so weit weg. Und das muss für ihn ja auch schlimm sein, dass er jetzt so lange von zu Hause weg ist und von den Eltern, von der Mutter. Genau. Also das war wirklich die Hölle. Es war schlimm. Aber es besteht jetzt die Hoffnung, dass er wieder zu dir kommt? Ja. Ja. Und hoffentlich... Es war ja auch Gerichtstermin und alles. Und mein Sohn, der sollte... Wir sind in der Klinik gewesen mit meinem Sohn und ich habe meinen Sohn wieder mitgenommen, weil er wollte nicht da bleiben. Ja. Das war eine nationäre... Ich muss es abbrechen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Aber wir rufen dich gleich auch nochmal an. Einverstanden? Super, okay. Okay, bis gleich. Tschüss. Danke, tschüss. In der Technik war Gudrunhausen und morgen heißt unser Thema Ich habe es aus Liebe getan. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen und 1 Fest.